Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um die Frage, können wir Tiere und Pflanzen verstehen? Ich präsentiere euch drei Antworten und ihr denkt weiter darüber nach. Die erste Antwort betrifft den Unterschied zwischen Erklären und Verstehen. Fangen wir mit dem Erklären an. Das Erklären geschieht in Begriffen. Zum Beispiel begreifen wir eine Art, eine Tierart oder eine Pflanzenart, indem wir sie bestimmen. Vielleicht mit einem Bestimmungsschlüssel und dann haben wir einen Begriff, nämlich den Namen der Art. Und wir erklären durch wissenschaftliche Modelle. Zum Beispiel, wie in den grünen Blättern die Photosynthese funktioniert oder wie Tiere sich fortpflanzen oder wie ihr Verdauungssystem funktioniert. Das alles ist die Perspektive der dritten Person. Die dritte Person, Singular, er, sie, es, ist hier im Hintergrund. Das Tier, die Pflanze. Wir sehen sie als Gegenstand, der uns gegenübersteht und erklären sie. Ganz anders beim Verstehen. Dort sind wir ohne Begriffe unterwegs und fragen, wie fühlt es sich an, körperlich, leiblich als Natur zu existieren. Wir wechseln in die Perspektive der ersten Person, also die Perspektive des Ichs. Ich selber bin es, der versucht zu verstehen, das heißt nachzuvollziehen, wie es ist, ein leibliches Stück Natur zu sein. Sei es Pflanze oder Tier. Darum geht es also bei dem Verstehen und nicht um das, was wir als Erklären üblicherweise tun und kennen. Die zweite Antwort kommt nun von Arthur Schopenhauer. Er sagt, zu diesem Inneren der Dinge kommen wir nicht von außen, sondern eben selbst nur von innen. Gleichsam durch einen unterirdischen Gang, der uns mit einem Male hineinversetzt, indem wir eine insgeheim von uns mit den Dingen unterhaltene Verbindung benutzen. Das wäre nicht möglich, wenn wir als Forschende eben nichts weiter als ein erkennendes Subjekt wären. Gleichsam ein geflügelter Engelskopf ohne Leib. Also Schopenhauer bringt hier das Beispiel einer anderen Intelligenz, die selber nicht leiblich oder körperlich oder als Natur existiert. Zum Beispiel ein Engel oder wir würden heute sagen eine künstliche Intelligenz ohne Leib. Die könnte auch alles Mögliche erklären und uns in der Naturwissenschaft enorm helfen, aber sie könnte nicht von innen heraus nachvollziehen, wie es ist, als leibliches Wesen, zum Beispiel als Sterbliches, als Wesen, das krank werden kann oder auch das Lust und Begehren empfindet, zu existieren. Die dritte Antwort stammt von dem Phänomenologen Edmund Husserl. Er schreibt, die Grundlage ist die direkte somatische, also körperliche Wahrnehmung, die jeder Erfahrungsforscher nur an seinem eigenen Leibe machen kann und dann die somatische Eindeutung oder wir können sagen das Nachvollziehen, die er in der Auffassung wahrgenommener fremder Leiber vollzieht. Mithilfe unseres Körpers ist es möglich, dass wir ihm, nämlich dem Körper eines Tieres oder eines anderen Menschen, vielleicht auch einer Pflanze, den Schmerz beim Stechen, die sinnliche Lust beim Essen ansehen. Das bedeutet, wir erleben sie am eigenen Leibe mit. Und zur Botanik sagt Husserl folgendes, es ist nicht auszuschließen, dass doch die Pflanzen Empfindsamkeiten haben, nur, dass wir unfähig wären, sie zu erkennen, weil jede Brücke der Einfühlung fehlte. Wittgenstein sprach davon, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Husserl sagt zu einem ähnlichen Zeitpunkt am Beginn des 20. Jahrhunderts, die Grenzen meiner Leiblichkeit sind auch die Grenzen meiner Fähigkeit, mich einzufühlen in naturhaft existierende Lebewesen. Und das könnte bedeuten, dass wir die Pflanzen wesentlich weniger gut nachvollziehen können, als eben die Tiere. Zur Take-Home-Message. Zum Ersten, nämlich Verstehen heißt nicht erklären. Da erlautet der Ratschlag, versuche mal, Tiere und Pflanzen nicht von außen und nicht wissenschaftlich zu erklären, sondern versuche, sie von innen heraus nachzuvollziehen. Das kannst du bis zu einem gewissen Grade, weil du selbst als Natur oder als Körper existierst. Dabei verstehst du gerade nicht klar und transparent, wie wenn du etwas mit Begriffen begreifst, sondern du hast Einsicht in etwas Unbegreifliches, in Natur, in Leben. Und diese Einsicht ist qualitativ reichhaltig. Denn es ist ein Nachvollzug von Erlebnisqualitäten, von Erfahrungen vielleicht, nämlich der Erfahrung als Leib, als Natur zu existieren. Schopenhauer rät uns, sieh dich nicht immer als Subjekt den Dingen, als Objekten gegenüber erklären, sondern besuche sie durch den unterirdischen Gang, dann verstehst du sie und dann erlebst du ein Mitsein. Und das ist für Schopenhauers Mitleidsethik ganz wichtig. Und Husserl rät uns, erforsche die Natur nicht nur wissenschaftlich, sondern somatologisch, also mit Hilfe deines Körpers. Wenn du mich nun fragst, was ist besonders wichtig? Meine Antwort ist, der letzte Satz des ersten Abschnitts. Dabei verstehst du gerade nicht klar und transparent, wie wenn du etwas mit Begriffen begreifst, sondern du hast Einsicht in etwas Unbegreifliches. Warum ist mir das wichtig? Üblicherweise kennen wir die Helle oder das Erkennen, das Begreifen, das der Groschen fällt aus diesem Bereich des Erklärens. Wenn wir eine Art bestimmen mit einem Bestimmungsschlüssel, haben wir ein schönes Erlebnis. Der Groschen fällt, aha, wir haben die richtige Art bestimmt. Wenn wir endlich verstehen, wie Photosynthese funktioniert, fällt der Groschen und wir haben das unbedingte Gefühl, etwas Wichtiges verstanden zu haben. Und von dieser Art ist das Verstehen nicht, sondern es wahrt gewissermaßen immer ein Kern des Unbegreiflichen. Und man könnte auch sagen, es ist nicht nur ein Mangel, ein Nachteil im Vergleich zum Erklären, sondern es hat auch einen ganz eigenen Reichtum. Und dieser Reichtum besteht genau darin, dass das Geheimnisvolle des Natürlichen oder des Lebens, des Existierens gewahrt bleibt. Denn das fällt meist ein wenig herunter, wenn wir wissenschaftlich erklären und begreifen. Können wir Tiere und Pflanzen verstehen? Ich habe euch drei Antworten präsentiert und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.